Ich bin gerade eben schon negativ aufgefallen, weil ich hier ganz laut gehustet habe, aber keine Sorge, es ist noch alles in Ordnung. Auch der Markt macht eigentlich gar keinen so schlechten Eindruck, könnte man meinen. Doch möglicherweise ist das Ganze eher eine Krücke oder ein Stock, an dem der Markt da im Moment gerade geht. Das ist nicht mein Stock, sondern das ist der von Nana-Chan, denn die hat sich ein bisschen verletzt am Fuß und dementsprechend ist sie hier mit dem Krückstock hier, naja, mit diesem G-Stock, mit dieser Gehhilfe hier heute unterwegs. Das ist vielleicht auch eine Analogie zum aktuellen Markt, denn wir können ja mal eben schauen, wie das hier aussieht, wenn wir hier mal so sehen, das ist der Dow Jones Future, 15 Minuten hier im unteren Bild, dann sehen wir, eigentlich sah es ja ganz toll aus, weil wir zügig nach oben gekommen sind, allerdings jetzt gerade sind wir hier in der Abwärtsseite, ziemlich heftig unterwegs, zack mal eben schnell runter und jetzt geht das so nach oben, eigentlich ein wunderschönes Trading-Setup, noch kein Trade, ist noch zu früh ein bisschen, der Markt müsste hier noch ein bisschen hoch wackeln. Denn das könnte in den nächsten Stunden, Minuten, Stunden, je nachdem passieren und dann hätten wir hier ein wunderschönes Schub abwärts, wackelig nach oben und dann noch nach unten zu gehen. Hä, wie geht das? Markt ist doch positiv. Ja, auch in der Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, brauchen wir mal Rücksetzer. Diese Rücksetzer waren alle relativ klein, die wir hier hatten. Da wäre was Größeres, was vielleicht ein bisschen runterreicht, ich sage jetzt mal bis zur 20.000er Marke, locker nochmal drin, vielleicht ein wunderbarer Trade für heute noch. So, aber wir wollen nicht nur über den Chart reden, sondern auch über das, was aktuell gerade los ist. Deshalb fragen wir wie immer an dieser Stelle Shimizu-san, denn der weiß immer ganz viel. Fragen wir immer, what is most important for you today, Shimizu-san? Today, ladies and gentlemen, we have a $2 trillion package that's been agreed, so to speak, at the Capitol Hill in the U.S. Senate will be reopening their discussion as of noon Eastern Standard Time, and they will probably vote sometime by the end of Wednesday today. So, we will probably have this on the table by the end of the week, because it has to, after the Senate, it has to go to the House, and it has to go to Trump, and he has to sign it. And so, probably by the end of the week, we might have this, a good chance. But at the same time, that was a drama that we had in Asia. Nikkei today up 8%, and Asian market, Paul rejoiced on this news that they have come to an agreement. And in Europe, at the opening today, was higher. Now, they are tired. European stocks are kind of under the water at this moment. I have DAX trading 2%, down 2%, 225, trading at 95.9, well, 95.20 area. Paris, Cachron is down, a slight, and London is down, too. And the U.S. futures are indicating low opening in about 45 minutes from now. So, well, they are dishing out everything, central banks are dishing out everything. And we have finally have the fiscal stimulus out of Washington, almost on the table. Market don't like it. Market doesn't like it. This is like, well, this is like your mother-in-law. Like, you know, whatever you do, she, well, she is not, well, she doesn't really like you. Like, I am not good enough for her daughter. Well, this is, well, we don't know yet. But, well, we are kind of, we put everything on the table at this moment. And the market's allure. We'll find out. But see how it goes, I guess. Have a good dream. Thanks a lot for your insights. Also, ich werde das nochmal schnell übersetzen. Obwohl Amerika aktuell ein Riesenpaket, es sind 3 Trillion, das müssten ungefähr 3 Billionen Dollar gewesen sein, wenn ich das richtig im Ohr habe, noch notfalls nochmal nachkugeln. Auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld. Eigentlich alles super, es ist natürlich noch nicht durch. Ich muss noch durch ein paar Prozesse durch. Ich muss auch abgesegnet werden. Aber, wenn dem tatsächlich so wäre, wäre das eine Menge Geld. Was hat der Markt gemacht? Der Nikkei heute, der hat das noch miterlebt, hat gesagt, hey, wie geil, der Markt ist nach oben gegangen, hat den Rest dann nicht mehr miterlebt tatsächlich. Jetzt nachbörslich ist der Nikkei Future auch nochmal deutlich runtergekommen. Wir haben den Dow gerade schon angeguckt, der hier schon auf dem besten Wege nach unten ist. Da haben wir auch die fundamentale Argumentation dafür. Und der DAX ebenfalls im Minus, Cagaron und so weiter, die ganzen Indizes. Sie mögen das offensichtlich nicht. Sie fassen es nicht so gut auf, wie es theoretisch klingen könnte. Da sehen wir, dass fundamentale Informationen immer nochmal um die Ecke gedacht werden müssen. Es ist nicht ausreichend, einfach zu sagen, die Daten sind raus, jetzt haben wir dann die Zahlen auf dem Tisch, jetzt geht es nach oben beispielsweise. Nein, oftmals geht es dann eben nochmal in die ganz andere Richtung. Deshalb ist Chart-Technik so wichtig aus meiner Sicht. Nicht, weil die es besser weiß, aber weil die zumindest es einordnen lässt, dass man damit sehen kann, meinen die das wirklich ernst, meinen sie es nicht ernst, meinen sie es vielleicht ein bisschen ernst. Also daran kann man das ein bisschen ablesen. Und wenn ich den Markt angucke, wie wir uns gerade den Daumen zu Anfang des Videos angeguckt haben, der ist so zügig nach unten gegangen, dass die Meinung nicht ist, oh, mal gucken, sondern im Moment erstmal die Meinung, die aktuelle Reaktion zumindest, nein, 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 das ist nicht das, was wir wollen. Also, im Moment schwächer angesagt. Ich habe es schon gesagt, wir können mit mehr sogar noch rechnen. Drücken wir mal die Daumen, dass der Markt auf Ihrer richtigen Seite ist, dass Sie davon profitieren können, was der Markt aktuell macht. Auf jeden Fall die Short-Seite im Auge behalten, insbesondere wenn diese Aufwärtsbewegung ein bisschen wackelig nach oben kommt. So, ich gehe jetzt aber nach unten nochmal einmal, nämlich zu unserem berühmt-berüchtigten Three-Shot. Please, ladies and gentlemen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Bye.